Ja, hallo, willkommen, mein Name ist der Negrale P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge haben wir ja, ähm, hier, Kostadei Gefahr gemacht und ein paar Minen entschärft. Und jetzt sind wir in Ragnarok'n'Roll. Das Zeitalter von Ragnarok ist gekommen und ehrlich gesagt, blöder hätte es nicht fallen können. Während die Götter selig stummern, wären wir von heidnischen Würmern überrannt. Wir müssen uns retten, doch wir sind einfache Leute und können nur einen Jetpack zu ihrer Unterstützung wahrsteuern. Zum Glück hat Yggdrasil, der Baum des Lebens, die Waffen der Götter verstreut. Sammeln sie diese ein und schicken sie diese Helden wieder in die finstren Umtiefen zurück, was denen sie gekommen sind. Okay. Mein Gott, voll die mythologischen Anspielungen hier. Und schon wieder Yggdrasil, ah! Ist doch Mythos jetzt dabei? Nein, Quatsch. Ja, Ragnarok, da ist doch irgendwie ein Kriegler Götter oder irgendwie sowas. Es ist also Ragnarok, ey. Sieht ganz nett aus. Der magische Weg wird sie leiten. Nein, sagt nicht, da ist irgendwie ein unsichtbarer Weg oder so. Vergessen Sie gar nicht die Kisten einzusammeln. Nehmen Sie sich vor dem Feind in acht. Ich habe nur einen Finger. Oh, nee. Wie viele Gegner sind hier? Einmal Jetpack. Aber ich habe Zeit. Ich dachte, ich könnte da vielleicht einsetzen, wenn ich irgendwie keine Ahnung. Unterfall. So, dann mache ich mal Sven alle. The Vikings, okay. Aber er kommt dran. Sehr gut. Ich habe zwar einen Schuss hier verballert, aber egal. Und ja, das hat jetzt wunderbar geklappt für dich. Nochmal, warum konnte ich nicht selber treffen? Olaf, wie Olaf. Ich habe einen Olaf. Ich will eben, habe ich eigentlich genug, ne? Wie, er war zu hoch. Er war noch nie im Leben zu hoch, Mann. Er ist ja doch kein bisschen. Crossfire, mein Quatsch. Yes, I am. Motor. Hagar. Du wassatt, hast mich getötet. Du. Oh. Wenn ich mal einmal irgendwo offen. Wer direkt hier irgendwo unterbeleitet, geht dann gar nicht. Okay, ich bin untergesprengt worden. Aber pff. Hey, ihr könnt mich mal. So, nochmal. Ich habe ein Fingerzimmer dran. Das war mal Rotplinter. Vor allem, da ist auch ein Leben, da kann ich mir auch gleich einsame. Erik, na, kann ich dich hier herunterschubsen? Du, tu doch was. Ja. Verstecke ich mich mal hier hinter. Der will mich nie im Leben finden. Außer, der kommt nur Merke. Verdammt. Ich kann das wagen. So, nein, noch kein Mist. Du, Pisser. Du, Pisser. Wie konnte er es wagen? So, dann machen wir halt mal, so wie es wahrscheinlich sein sollte. Weißt du, man möchte dich noch platt. Bämst. Olaf bliegt im Meeresgrund. Ja, wahrscheinlich als nächster angekommen, ne? Was? Ja, ich glaube, man schwein pfeift. Oder mein Wurm. Entschuldigung. Hey, das ist nicht irgendwie ein Fallschirm oder so. Ja, hier, ne? Ich muss ja alles einsammeln, ne? Ich hab gerne das Leben da unten. das ist natürlich richtig doof man ja als mich tot der trifft mich volle höre oder auch nicht was zum teufel macht er warum ich habe frost warum naja natürlich auch sehr gut damit kann ich leben ein bisschen mehr leben wo muss ich dann machen muss ich euch alle nur töten vor die lex da sagen ich euch alle fertig machen sollen warum ist das jetzt hier so im lecken wir haben schiff nein ich habe kein jetpack mehr sind ja noch was ja soll ich nicht töten oder wenn ich gut diesen wasser hier reingeballert hat obwohl ich lieber so rauswerfen und wer du triffst mich da sind nur drei leute übrig wie solchen machen vor allem solchen hochkommen alles gegen die dinge geknackt habe ich genau gesehen warum es hat ja so im lagen es ist nicht ein aufgaben programm oder so oder player oder was auch immer jetzt hier aber sie nicht das spiel ich komme nicht hoch nochmal ja ich komme nicht raus was mich hier raus hey man soll ich überhaupt machen ich habe noch was du ja da trifft mich jetzt vor dem höhere boah ich habe doch irgendwie gar keine zeit zu gucken ob da irgendwas steht oder so mit seinem leben habe ich ja noch irgendwo muss ich eine waffe verpasst zu haben mit funktionieren die ganzen dinger ja nicht das ist ein min so wie ich das geführt ja keine ahnung steht dir einfach mal mario hannah und ich bin tot was soll ich machen sind ja irgendwo noch waffen gewesen das ist doof ich würde mich schon gern schaffen naja beim nächsten mal also jetzt immer an ich muss als einsammeln und alle ihr töten ansonsten wüsste ich nicht was ich tun soll vielleicht auch sagen wir vor der hat einsammelt aus irgendwelchen gründen erik machen wir mal ganz koordiniert hier so hoffentlich kommt ja nicht um elke nein da kommt schon wieder um elke gehen die mine rein vor sack ok war 22 überlebt sie doch gar nicht ich hoffe noch mal sicher einer und tschüss er werde ich aber nicht direkt getroffen werden oder hallo oder nein macht das nicht kaputt nein 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 der pisse hat er kaputt gemacht das ist jetzt überhaupt noch gewinnen ich mache keinen scheiß wie soll ich denn da überleben da gibt es noch ein heil dingen da gibt es dutzende gegner na olaf schuss olaf noch vier stück ich habe ich nie im leben aber sehr gut noch mehr sind da verdammt das ein bisschen offen nein 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 nicht die bazooker die macht am meisten der mitschmann hilfe hilfe so bitte trifft mich nicht von mir aus man trifft mich doch nie im leben oder sehr hot ich glaube ich noch schaffen das wollte ich gar nicht das ist nur ihr beiden zack so und jetzt darfst du mich nicht töten das wäre jetzt richtig doof nein sehr gut schon wieder ertruckelt immer hier aus linken grund und tschüss mit den fäusten die wikings ist wirklich fantastisch sie haben die mission wieder erfolgreich geschafft irgendwie sowas war aber schon ein bisschen extrem jetzt ich trink mal ein ich trink mal ein komm schon gold perfekt ich glaube da kann ich ein paar doch wir haben aber in das war ein bisschen dämlich die länge das paar einmal da drin na 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 ze Vielen Dank.